Hitzige Wortgefechte haben sich die Spitzenkandidaten zur EU-Wahl bei der Elefantenrunde des ORF am Mittwochabend geliefert. Besonders heiß wurde die Diskussion beim Thema Ukraine-Krieg geführt. FPÖ-Politiker Harald Wilimsky sorgte mit einem Saga für Empörung. Wilimsky behauptete, die antirussische Position der EU rücke sie in Richtung Dritter Weltkrieg. Er hingegen wolle Frieden. Mit der Aussage, niemand hier außer mir hat Interesse, das Sterben zu beenden, erntete der freiheitliche Politiker sofort Entschiedene und empörte Widerworte, was ihn nicht daran hinderte, weiterzumachen. Sie kriechen der NATO hinten rein, warf er den Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS vor. NEOS-Politiker Helmut Brandstetter ging daraufhin zum Gegenangriff über und erklärte, dass die FPÖ die russische Propaganda 1 zu 1 übernehme. Russland habe aber kein echtes Interesse an Frieden. Brandstetter verwies darauf, dass es schon 2014, als Putin die Grimm annektierte, aus Russland Anträge an die FPÖ gab, gegen Sanktionen zu sein. Verbunden mit Angeboten, dass Geld fließt, das können wir nachweisen, so der NEOS-Spitzenkandidat. Ob wirklich an die FPÖ Geld geflossen sei, sei nicht erwiesen, wohl aber bei der AfD verwies er auf die dortigen Verstrickungen in einen Spionageskandal. Auch Grünen-Spitzenkandidatin Lena Schilling verwies auf die Verbindung der extremen Rechten in Europa zu Russland. Das Ziel sei Desinformation, sprach sie etwa das aufgeflogene Propagandanetzwerk Voice of Europe an. Schilling erinnerte Wilimsky auch an den Freundschaftsvertrag, den die FPÖ 2016 mit der Putin-Partei geschlossen hatte. Der Politiker war damals selbst zu Arbeitsgesprächen in Moskau. SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder betonte, dass es im EU-Parlament Berichte zu bedenklichen Beziehungen von rechten Parteien zu Putin gebe. Neben der FPÖ und der AfD zählte er auch die Rassemblement National von Marine Le Pen auf. ÖVP-Listenerster Reinhold Lopatka forderte trotz des völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands das Aufrechterhalten diplomatischen Austausches, rechtfertigte aber die Ausgaben der EU für die Ukraine-Hilfe. Immer wieder unterbrachen sich die Politiker gegenseitig. Emotional wurde etwa auch die Diskussion um das EU-Renaturierungsgesetz geführt. Wilimsky verdeutlichte die ablehnende Position der FPÖ. Österreich ist schlauer und besser, als uns die Gemeinschaft in Brüssel oktruieren möchte. Lopatka, dessen ÖVP sich mit allen Mitteln gegen das Gesetz stemmt, mokierte sich über Vorgaben an Landwirte zur Schmetterlingszählung. Schilling tadelte hingegen faule Ausreden und erinnerte an 6.000 Wissenschaftler, die sich gegen das Kampagnisieren der Europäischen Volkspartei gewandt hatten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017